Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich Willkommen im Impfbus hier im Stadtbezirk Schwenningen heute am Donnerstag. Wir starten eine erneute Aktion, motivierte Menschen zu impfen und ich danke auch dem gesamten Impfteam, dass sie sich dazu bereit erklärt haben. Ich lade alle herzlich ein, sich in die Reihung einzufinden, um dann sich impfen zu lassen. Wir wissen, ab Herbst wird die Situation noch mal anders. Die notwendigen Verantwortlichen auf Bundes- und Landesebene haben sich entschieden und für Ungeimpfte wird es komplizierter. Das ist sicher der Fall. Wir werden viele Veranstaltungen haben, wo sie mit einem aufwändigen PCR-Test nur zugelassen werden und da wäre es doch schön, wenn sie sich auch impfen lassen. Deswegen meine Motivation an Sie, lassen Sie sich impfen und wir sind immer für Sie da in verschiedenen Orten, damit sie sich auch tatsächlich impfen lassen können. Ich hoffe es kommen heute noch sehr viel. Vielen Dank.